Legen Sie das Rasiermesser flach auf den gespannten Riemen auf und ziehen Sie gleichmäßig zurück und ganz wichtig drehen Sie das Messer am Rücken um und in die andere Richtung. Rücken umdrehen, zurück, Rücken umdrehen, vor. Nicht wie im Film, wo Sie es so machen, dann ist das Messer kaputt. Flach auflegen, durchziehen und am Rücken umdrehen, in die andere Seite. Mit der anderen Seite. Mit der anderen Seite ist es, dass die Gäste nicht mehr so machen. Man kann nicht mehr so machen, dass die Gäste nicht mehr so machen, was Sie Vielen Dank.